und damit willkommen zu einem netztest wir spielen im netztest scheint doch ein ziemlich sci-fi spielen müssen ziemlich futuristisches wir zu sein optionen ja ist die ok verstehe jetzt hat sich aufgang kicken auf start und schon mal was passiert der weltraum was zu meiko musieliśmy znaleźć schronienie udaliśmy się w kosmos konie z niej planety niestety nasz organizm nie był w stanie przystosować się do życia na żadnej z nich jedynym sposobem na przetrwanie było przeniesienie świadomości do ciała syntetycznego okej w tym celu zaprogramowaliśmy sztuczną inteligencję do prowadzenia badania a sami poddaliśmy się hibernacji to obróciło się przecież konia jesteśmy kontrolowani przez roboty nieznane nam sposob wpływają na naszą świadomość budzą nas i wydają rozkazy gdy jesteśmy im potrzebny okay alles klar am bombot wieder was aus polen oder was es kann aber wieder russisch ist dann wieder russisch für mich deutscher untertitel wären wenigstens oder haben wir nicht okay und wir spielen hier diese frau wahrscheinlich eine roboter frau ok das ist sehr futuristisch was machen wir hier wir sind eine fast nackte frau mit hilm und wir können hier ein bisschen was entangeln musen auszkać energie zauberst die diese binnenkorten alles klar Ich habe die Tension Ich kann mich immer mit Lange Ich kann mich immer mit Lange Dlaczego nikogo hier nicht mehr? Gdzie ist die Stücke? Aha Varnish Hätte ich vielleicht den Charakter anziehen können, hätte ich den Charakter Editor nutzen können? Oder wie sieht das aus, dann kriege ich hier Klamotten her. Gibt es noch andere Möglichkeiten hier in Klamotten zu kommen? Alles klar, wir laufen mal hier lang, vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Okay, hier gibt es noch was, oh, okay, ein Grau Screen, ein Grey Screen, okay, jetzt haben wir einen Anzug an und eine Waffe mit der wir schlagen können, wir können springen und schlagen. Sehr schön, wir haben eine Starkwaffe, eine Art Messer. Gehen wir hier jetzt raus oder? Was ist los? Wo müssen wir jetzt hin? Okay. Daher kommen wir lang. Okay. Daher kommen wir lang. Okay. Hier stehen Kisten rum. Oh, jetzt ist ja nur angegriffen von den Kollegen hier. Roboter-Droiden. Roboter-Droiden. Na, komm. Okay, das war scheinbar Heidung oder so. Ah, alles klar. Alles klar. Okay, wo darf man hier hin? Einfach mal in der Nase nach oder? Ja. Ich sehe gar nicht richtig, wo ich hin schlage. Das ist alles ziemlich wackelig. Ich habe auch nicht wirklich einen Plan, wo ich hinlaufe. Was ich hier mache, was mein Ziel ist. Aber okay. Vielleicht will ich mal rauskommen. Das wäre eine gute Idee, hier raus. Jetzt im Lager. Okay, jetzt werde ich angegriffen. Sprungangriff klappt noch nicht so sehr. Okay, da muss ich vielleicht die Treppe hoch. Das Soundtrick ist ja herrlich. Okay, da kann ich nicht durch. Oder doch. Mir wird ein bisschen schwindelig davon. Ein bisschen schwindelig. Das kann auch nicht durch. Okay, da können wir rein. Oder raus. Je nachdem. Star Wars auf Kolsch. Die Industrie-Planet. Okay. Okay. Sure. Das Team läuft aber noch, oder? Ah, okay. Da sind wir. Können wir wieder reingehen? Wollen wir aber gar nicht. Wir werden raus. Was? So. Jetzt sind wir draußen. Okay, ertrunken sind worden. Ein bisschen von der Natur abschlachten. Okay. Schön. Können wir hier irgendwo hoch? Können wir hier um die Landschaft genießen? Wo es ruhigerhaft weiter geht. Na, sehr toll. Okay. Hier geht's weiter. Okay. Hier geht's weiter. Alles klar. Angriff. Wir wollen angriffen. Wir haben nicht mehr viel Energie. Okay. Wir sollten etwas aufpassen. Vielleicht hier nehmen. Ein Griff. Verdammt. Wir müssen noch mal ertrinken. Irgendwo. Wir müssen hier ein Kristall rumliegen. Wurde uns hier zu uns gesagt, wir sollen ein Kristall finden. Wir schaffen es irgendwie, den Viechern auszuweichen. Hier haben wir Energie. Okay, hier ist ein Kristall. Ein großer, roter Kristall. Ein blauer Kristall. Kann man den mitnehmen oder soll man den einfach nur aktivieren? Tja. Okay, der rote Kristall ist jetzt blau geworden. Geht es noch weiter, Kristall? Wie wir blau fähren müssen? Hier wird uns irgendwas angreifen. Am Grund ist vielleicht die beste Taktik. Das wird mal hier hoch. Bin ich noch, ich bin nicht schon wieder zum Startpunkt zurück. Nein. Ich hab nicht, ich hab doch, ich hab doch das nochmal zu machen. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Da geht es nochmal hoch. Ausgelaufen, man kommt da so. Verdammt. Ne, da muss Startpoint. Ich bin nochmal gestartet. Dieses verdammten Krampfecher. Okay, jetzt weiß ich, dass da Oma ein Diamant, äh, ein Kristall ist. Wenn wir fangen sollen. Da Oma ist noch einer. Oh, meine Fresse. Irgendwie macht es mir das ruck jetzt hier wahrscheinlich so. Das ruck jetzt so sehr, dass es mich schwindlich macht. Auf Dauer nicht gesund. Okay, der Kristall ist schon blau, der, der wurde abgespeichert. Vielleicht mal hier rüber. Vielleicht bringt das irgendwas. Ich geh mal durch. Viel bringt es nicht. Vielleicht können wir jetzt hier lang. Sind wir hier runter gefallen? Oder hoch? Das wollen wir nicht. Das sind die ganzen Monsterviecher schon. Nein. Das ist umzingelt. Hier waren wir doch schon mal. Hier sind wir doch schon mal drauf gegangen. Okay, hier. Hier hoch. Das ist ja eine Verstärkung. Okay, wir haben den zweiten, den nächsten. Blau gefärbt. Die Flickkristalle habt ihr noch. Die wir blau färben müssen. Verdammt. Mittlerweile habe ich eine ganze Armee, die mich hier verfolgt. Okay. Da sind noch zwei rote Kristalle. Da müssen wir irgendwie hoch. Dann müssen wir hoch auf den Turm dort. Irgendwie weiß ich auch noch nicht, aber... Irgendwie... Müssen wir hier hoch. Stepp hier gleich schon wieder. Ich habe keinen Plan, wie wir hier hochkommen. Irgendwo eine Treppe oder so. Okay. Wir ersaufen mal schön nochmal. Och, Junge. Mädel. Jetzt gibt es keinen Bock drauf. Da müssen wir hoch. Jetzt sollten wir es mal nach links und da rechts probieren. Ich mache hier rechts und dann gehen. Vielleicht kommen wir da noch hoch. Die werden wir da verfolgt von... ...un 50... ...monstern. Mal hier vielleicht irgendwo über die... ...die Gerätschaft hier hoch. Da gibt es hier noch einen anderen Weg, wo wir hochkommen. Da gibt es Clayton. Irgendwie müssen wir da hier hochkommen. ...dorthin vielleicht. Jetzt haben wir es natürlich wieder alle hinter uns. Waren wir hier nicht schon? Ja, hatten wir schon. Okay. Okay, jetzt können wir von hier auch irgendwie noch hoch. Einfach Tür zu machen. Kommen die hier nicht mehr hoch. Kommen die hier nicht mehr weiter. Jetzt habe ich die Kontrolle verloren. Die Orientierung meine ich. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Hier waren wir am Anfang, oder? Den... ...Kristall hatten wir als erstes. Okay. Oh, das Dach irgendwie hoch. Ja, ich euch auch. Hier waren wir auch schon. Das hat nicht viel gebracht. Wenn wir irgendwie klettern könnten, wäre das mal toll. Aber das tun wir nicht können. Hier rüber ist auch nicht wirklich die Gelegenheit. Da kommt man auch nicht wirklich lang. Jetzt kommen hier wieder die ganzen Angreifenden. Irgendwie müssen wir da hoch aufs Dach. Hier waren wir auch schon dreimal. Okay, das ist eine Sackgasse. Hm, das bringt ja hier relativ wenig. Sonderlich weit komme ich hier nicht. Kann ich mich wieder tränken. Ja, sehr toll. Ich habe keine Idee, wie wir da hochkommen. Wenn man nur irgendwo hoch aufs Dach springen könnte. Das hätte mal was. Aber so hier. Wenn wir von Dach zu Dach springen könnten, das hätte... Das wäre eine Idee, aber... So kommen wir ja gar nicht. Hier kommen wir auch nicht hoch. Na, sehr toll. Ich glaube, ich lasse das hier mal. Es ist hier... Ich komme hier auch nicht weiter. Es ist hier auch kein... Keine Möglichkeit mehr. Einfach die Mauer stürmen. Einfach durch. Da drüben gibt es ja ein Tor, wie es ausschaut. Erstmal durchrennen. Das ist keine Option. Wir werden mich jetzt hier alle kriegen. Okay, hier waren wir auch schon. Es war doch eine Sache, wo wir hier hochklettern könnten. Können wir mal nicht. Einen Leitern sehe ich hier auch keiner. Irgendwie durch. Jetzt hängen wir hier dran fest. Ich bin den Fahrstuhl aktivieren oder so. Hier erscheinbar schon irgendwo drinnen. Hochkommen wir auch nicht. Hier waren wir ja auch schon hundertmal. Okay, schon wieder tot. Ja gut, ja gut, ja gut, ja gut. Lass uns mal. , anfig. Okay. Ja gut, danke. Wir sind es deshalb nah, aber auch mehr. Ich bin esMA' Junior. iry wie Robute. Ja, wir kannst debe... Wir sind deswegen. Ich schad trips options. Das ist irgendwie만ued. Ich bin es будущiger. Ich bin ich die weiter. Ich bin. Ich bin nichtchw isolation. Vielen Dank.